Wenn man natürlich die Bilanz auch von Bayern seit Dezember anschaut, in 20 Spielen 19 Mal gewonnen, einmal unentschieden und das gegen Leipzig 0-0, zeigt natürlich, dass sie momentan eine Klasse für sich sind. Nichtsdestotrotz fallen wir dorthin, um das Unmögliche vielleicht möglich zu machen. Meine Mannschaft ist trotz allem auf dieses Spiel brennheiß, freut sich darauf und möchte morgen Abend dementsprechend die Leistung auch bringen. Wenn es so wäre, dürften wir gar nicht hinfahren, weil viele glauben, die Fahrt ist wahrscheinlich umsonst. Aber das können Sie mir glauben, trotz allem werden wir alles versuchen, um dort für eine Überraschung zu sorgen. Sie werden lachen, aber ich habe mir gestern auf Sky noch einmal das Spiel angesehen, das Finale 2018 in Berlin. Und ja, schon emotional sehr ergreifend, was da passiert ist. Und diese positiven Emotionen kann man natürlich auch mitnehmen. Dass er natürlich ein absoluter Schlüsselspiel in unserer Mannschaft ist, ist ja klar sichtbar. Ja, trotz allem müssen wir ihn morgen dementsprechend auch im Kollektiv ersetzen. Es wird ein anderes Spiel auf seiner Position sein. Wie offensiv wir morgen auftreten, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Trotz allem glaube ich, dass wir auch ohne Filip Kostic jemanden finden werden, der trotz allem versuchen wird, über die linke Seite Druck zu machen. Und wir müssen morgen so und so als Kollektiv überzeugen. Ansonsten wird es ganz schwer. precipita. Der snackler ist ganz corps. Verdammt ist Catan. Das sagt, das ist immer ein dum Bock.